Hallihallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zurück bei Rust. Ja? Äh, zwei Stück hab ich bloß noch. Hab ich auch gerade erst gesehen. So, ich brauch noch mal ein paar Walls. Ähm, hier kann ich jetzt die erste Plattform machen. Also, ich wollte eine Plattform, ein Wohnhaus und nochmal eine Plattform machen. Also kann ich hier, ich weiß nicht, wie ihr die Plattform bei dir gemacht habt, ähm, ganz noch mal die Pillars, also die Säulen überall hin machen, oder? Genau. Und dann mit Barrikaden arbeiten. Mit Barrikaden arbeiten. Okay. Wobei das eigentlich jetzt zu niedrig ist. Wir müssen jetzt noch ein Stopp weg hoch. Also hier Wohnhaus und dann eins drüber. ich muss hier nur zumachen. und dann... noch mal eins zumachen. und dann eins drüber und dann... nochmal eins zu machen. ja, aber halt mit so... ja... Und dann drüber nach. Als das Ganze... noch mal eins zumachen. Also machen wir mal nochmal 50. Die Scheiße geht ganz schön ins Geld. Magst ein bisschen Holz farmen? Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. So, da muss ich jetzt aufpassen, wo ich meine Nieren machen will. Warte mal gucken schnell. Hm. Kann ich die zusammensetzen? Ja, ich muss warten. Ich schleiche wieder rein. Ich brauche den Pin für die dritte Tür. Bitte, ich habe es nicht verstanden. Ich brauche den Pin für die dritte Tür. Das ist derselbe wieder. Das ist derselbe wieder. Mein Geburtstag und mein Geburtsjahr. Kannst du eine Workbench craften? Autsch. Ja, kannst du mir eine Workbench bauen? Der hört mich nicht, ist der Wahnsinn. Kurz schnell hier das Bild prüfen. Ach hei. So, wo bauen wir denn? Rein theoretisch wäre es geil, wenn wir jetzt hier bauen. Zack, zack und dann können wir hier gleich eins hochgehen. Ja, weil wir aber nichts mehr haben, müssen wir warten. Sieht doof aber, ist halt so. In dem Fall könnten wir vielleicht mal was essen kurz. Naja, ich habe ja jetzt nun auch nicht gedacht, dass es so viel Holz verbraucht. Dann mache ich hier dann wieder zu. So, zack, zack, zack. Dass man eben dann nur da oben hinkommt. Dass man nach oben kommt. Da baue ich dann irgendwas hin. Wenn ihr dann denkt, was Coco hier gebaut hat. Krass. Ja, die Tür kann ich mal aufeinandersetzen. So. Moment, bin unterwegs. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.